Willkommen zu unserem Film zu Edison One-Click Kasse Bevor Sie richtig anfangen mit der Edison One-Click Kasse zu arbeiten, empfiehlt sich ein Blick in die Vorerfassung unter den Einstellungen. Dabei werden Sie feststellen, dass Ihr Berater bereits Ihr Unternehmen als Mandant und Sie als Nutzer eingerichtet hat. Der Zugang zur Edison One-Click Vorerfassung erfolgt über das Edison Portal. Die Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem Berater. Der Portalaufruf erfolgt mit den Zugangsdaten direkt über den Webbrowser. Die Edison One-Click Vorerfassung befindet sich im Bereich der Einstellungen. In der Vorerfassung sind alle relevanten Daten zu den Erfassungsbüchern und somit auch für die Kasse hinterlegt. Die Vorerfassung umfasst die Menüpunkte Mandant, Benutzer, Konten und Zuordnungen, Lieferanten, Kostenstellen, Kostenträger, Kunden, Projekte, Import und Synchronisieren. Im Bereich Mandant befinden sich die Kontaktdaten. Diese wurden durch die Synchronisierung durch den Steuerberater bereits übertragen. Unter den Kontierungsdaten befinden sich die Kassen und die Banken. Bis zu fünf Kassen können pro Unternehmen gebucht werden. Das gleiche gilt für die Banken, wenn die App Bankbuch genutzt wird. Bankverbindungen sind relevant für das Rechnungsausgangsbuch. Soll auf den Auswertungen das Firmenlogo angedruckt werden, so besteht hier die Möglichkeit, eine entsprechende Datei hochzuladen und zu hinterlegen. Im Bereich Benutzer sehen Sie alle eingerichteten Nutzer. Eingerichtet werden diese in der Benutzerverwaltung. Die Nutzer haben eine farbliche Hinterlegung je nach Nutzertyp. Ein sogenannter Firmen-User ist hellgrün gekennzeichnet, ein Standard-User weiß. Hier erfolgt die Zuordnung zum Nutzertyp. Es gibt verschiedene Nutzertypen, die je nach Anforderung eingerichtet werden. Firmen-User haben die umfassendsten Nutzungsrechte. Die Nutzerrechte eines Standard-Users sind individuell konfigurierbar, entweder von einem Firmen-User oder dem Berater. Ein GDPDU-Nutzer kann lediglich die Daten eines Mandanten einsehen. Zu den Grundrechten eines Standard-Users gehört es, das Kassenbuch in vollem Umfang führen zu können, Konten zuzuordnen und Kostenstellen anzulegen, sowie seine eigenen Nutzerdaten zu verwalten. Alle darüber hinausgehenden Rechte können je nach Anforderung und Situation frei vergeben werden. Sollen an die Buchungen Dokumente angehängt werden, so benötigt man den Zugriff auf das integrierte Dokumentenfach. Hier ist dann die Einstellung auf Ja zu setzen. Im Bereich Ansichten und Automatiken definieren Sie die Einstellungen für die Erfassungsmaske. Soll der Nutzer die Möglichkeit haben, mit Kostenstellen zu arbeiten, so wählen Sie im Listenfeld den Eintrag Ja. Bei der Verwendung von Kostenstellen können Sie mit der Funktion Automatische Kostenstellen arbeiten. Diese übernimmt für jede neue Erfassung automatisch die letzte gewählte Kostenstelle. Soll der Nutzer die Möglichkeit haben, mit Kostenträger bzw. Kost 2 zu arbeiten, so wählen Sie im Listenfeld den Eintrag Ja. Eingabe mit Komma Die Eingabe von Einnahmen und Ausgaben kann mit Komma erfolgen oder ohne Eingabe des Kommas. Das Komma wird automatisch ergänzt, wenn die Einstellung auf Nein gesetzt ist. Automatische Belegnummer Durch Aktivieren dieser Funktion wird die Belegnummer bei Eingaben automatisch weitergezählt. Legen Sie hier fest, ob die Belegnummer jeden Monat wieder bei 1 anfangen oder nur jährlich zurückgesetzt werden soll. Die automatische Belegnummernvergabe ist nur ein systemseitiger Vorschlag und kann durch sie später überschrieben werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Belegnummer unendlich weiterzuzählen. Neue Lieferantennummer Wenn ja, wird bei der Eingabe eines neuen Lieferanten im Rechnungseingangsbuch automatisch die nächste freie Lieferantennummer, Kreditorennummer, angeboten. Neue Kundennummer Automatische Lieferanten Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird bei jeder neuen Erfassung automatisch der letzte gewählte Lieferant bei Rechnungseingang bzw. Kunde bei Rechnungsausgang übernommen. Automatische Kontonummer Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird bei jeder neuen Erfassung automatisch das letzte gewählte Konto übernommen. Umsatzsteuereingabe Wenn Sie die jeweilige Umsatzsteuer mit erfassen möchten, benötigen Sie das Feld Umsatzsteuer in der Erfassung und stellen hier die Eingabe auf Ja. Darstellung der Zuordnung Unter Zuordnung versteht man quasi das Gegenkonto. Legen Sie fest, welches Anzeigenformat die Zuordnung in der Erfassungsmaske haben soll. Die Einstellung Nur Name bedeutet, es kann nur über die Eingabe der Kontobezeichnung erfasst werden. Name Nummer bedeutet Eingabemöglichkeit von Kontonummer oder Kontobezeichnung. Die Einstellung Name und in Klammer die Nummer bedeutet, dass in der Auswahl zunächst die Bezeichnung erscheint. Über die Eingabe der Nummer wird das Konto jedoch auch gefunden. Filter für Konten In den Rechnungsbüchern können die Zuordnungen gefiltert werden. Beleg 2 in Kasse oder Beleg 2 in Bank Anzeige des Eingabefeldes Beleg 2 in der Kasse bzw. Bank Konten und Zuordnungen Wenn Sie das erste Mal in dieser Rubrik sind, sehen Sie, dass Ihr Berater bereits Konten für Ihr Unternehmen sowie Kunden und Lieferanten hinterlegt hat. Dies ist durch die Synchronisation des Steuerberaters erfolgt. Hier können auch weitere Konten hinzugefügt werden. Die ID im Mandantenunternehmen bedeutet, falls es eine andere Kontennummer im Mandantenunternehmen für dieses Konto gibt, so wird diese hier eingetragen. Umsatzsteuerautomatik Der hinterlegte Steuersatz wird bei Verwendung des Kontos automatisch herangezogen. Umsatzsteuersatz Soll bei der Eingabe im Zusammenhang mit dem aktuellen Geschäftsvorfall jeweils ein bestimmter Umsatzsteuersatz eingestellt werden, so kann dies hier bestimmt werden. Kontenart Hier befinden sich die möglichen Kontenarten. Sofern Sie Konten ändern, ist Folgendes zu beachten. Änderungen der Stammdaten und Konten, die in der Vorerfassung direkt durchgeführt werden, überschreiben die übertragenen Daten aus dem Kanzleisystem und damit gegebenenfalls die Vorgaben des Beraters. Die Änderungen bleiben auch nach einer erneuten Synchronisation aus der Kanzlei erhalten. Konten können gelöscht werden Hier setzt man die Kontenart. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, alle Konten über einen CSV-Export zu exportieren. Hier befinden sich die Lieferanten mit ihren Stammdaten. Sofern vorhanden die Kostenstellen und Kostenträger. Und die Kundenkonten mit ihren Stammdaten. Für Lieferanten, Kunden, Kostenstellen und Kostenträger gilt, dass diese hier angelegt, geändert und gelöscht werden können. Der Bereich Projekte ist derzeit noch ohne Funktion. Es besteht auch die Möglichkeit, Lieferanten und Kunden zu importieren, falls diese nicht synchronisiert werden können, weil sie zum Beispiel beim Steuerberater nicht gepflegt sind. Der Aufbau der benötigten Datei muss in zwei Spalten sein. In die erste Spalte muss die Kontonummer bzw. die Kostenstellennummer. In die zweite Spalte muss die Kontenbezeichnung bzw. die Kostenstellenbezeichnung. Synchronisieren nur bei Bedarf. Im Notfall werden ja die Daten vom Steuerberater synchronisiert. Sollen die Nutzer keinen Zugriff auf die Vorerfassung haben, so kann diese App auch gesperrt werden. Sollen nur bestimmte Rechte beschränkt oder freigegeben werden, so erfolgt dies in der Benutzerverwaltung. Sollen wir können! Vielen Dank.